Prüfer hier. Ich habe voll Wenger im Kopf. So, wunderschönen guten Abend. Ich muss mal kurz den Text hier ändern, weil Twitch nicht so ganz wollte, wie ich wollte. Ich hoffe, wir sind schon on. So, jetzt sollte es langsam, sollte eigentlich on sein. Ja, läuft. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es gerade. So, wir müssen nochmal den Text ändern. Bearbeiten. So, ich muss euch nochmal an. So, heute wollte der nicht so wirklich. Wir sollen wir zocken. Aller noch, Amen. Aber die sind schon online. Also, wie ihr gehört habt. So, ich hoffe ja, man kann mich sehen und hören. Mit am Start ist unser Teddy. Ich sage mal, guten Abend. Servus. Dann der Mastermind. Wie ist denn der auf mich? Hallo. Und der Games Track. Mein Sohn. Nein. Und der 47er von PC Bau und Meer. Und den Apple. Und mein Kollege Intel Inside. Das freut mich. Und das kleines Dennis' Kumpelblase. So. Ja, wir wollen ein bisschen CSGO zocken. Und ich hoffe, ihr habt Lust zum Bock. Und ich sage erstmal hier, mal sehen, ob mein Stream Deck auch hier heute so funktioniert, wie das soll. Ja. So liebe ich das. Die Chat kann ich auch sehen. Wir zocken heute aus der Werkstatt. Beziehungsweise Raum 2. Und so, Umbau ist so ziemlich erledigt. Und jetzt soll es dann auch gleich losgehen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich zocke ja eigentlich auch aus der Werkstatt. Ja. Ich wohne ja in der Werkstatt. Naja, ich wohne oben in der Werkstatt. Ja. So, äh, mein lieber Gamescrack, wie siehst du aus mit der Umstellung? Ich bin doch schon nichts dabei. Ja, okay. Mister, ich muss alles sofort machen. Ja, gleich. Aber auch nicht. Sofort ist, das wäre übertrieben. So was wollen wir. Ja, nix. Ja, nix. Scheiße, der hat mich, der 47er. Ja, das ist ja wahr. Ich hätte gerne einen erfahrt. Ey, der fällt echt nicht um. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Oh, scheiße. Den will ich in die Falle. Ich muss hier unbedingt was mit meiner Arbeitsplatte machen. Es geht. Es läuft. Es läuft. Danke, mein lieber Gamescrack. Ja, bitteschön. Oh. Ich weiß, es ist anstrengend. Jetzt lass einfach laufen. So, was Neues auf dem Start. Ich stehe mal in den Terror. Und dann gehen wir jetzt mal mal schauen, was es hier so schön ist. Hä? Was auch umliegt. Nein. Ey, der Gamescrack hat mich. Gumpelblas, ich bleib hinter dir. Da bin ich immer am sichersten. Okay. Immer kurz vor und schauen mal, ob da jemand ist. Ja, das mache ich ja gerade. Jetzt bist du dran. Komm, 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 komm. Ja, da war er nachgekommt. Super, super. Hier geht es gar nicht mehr ums Umballern. Hier geht es mir mehr ums Überleben. Auch wenn du hinter ihm stehst, das bringt dir nichts. Du kriegst dir trotzdem Schaden, weil die Bullen durchschießen. Ich weiß, es macht mir Sinn, wenn du neben ihm stehst. Du hast jetzt so eine scheiß Waffe. Ich krieg nur noch mehr. Ich wollte gerade sagen, wieso krieg ich jetzt hier... Ah, irgendwie haut das hier mit den Einstellungen nicht. Wie war das mit, immer die gleiche Waffe behalten? Welcher war das? F3. F3, das machen wir mal. Ja, ich erschöpfe ich einfach. Und die war dann nochmal. Seht, ob es das ist. Dann machen wir B. Dann nehmen wir mal AK und drücken F3. Noch ein Problem. Ich habe die Lösung all deiner Probleme. Schatter-S-S-S-E-M-G-0. Hier ist ein Torf. Cool. Ich sage, ich habe so eine scheiß Kanone. Ich war schon mal hier, aber ich kenne mich schon wieder aus. Oh, Teddy, ich habe die Falsche gerne im Wohnen gehabt. Du warst so richtig schön zum Erschießen. Ich habe auch geheult, Chantal. Chantal ist nicht so leid. Nein, Chantal heute leise, hat er gesagt. Chantal traurig. Chantal ist schon wieder tot, ey. Stirb doch! Herr Gamescrack! Nichts da! Scheiße! Ich ärgern mich! Mein Sohn! Der Nächste, der... Sag mal, ist hier... Er wollte der Enten-Tuch? So, Gamescrack, aber jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt mache ich die Ernst. Ich habe dich nicht töten lassen. Oh, treuern. Jetzt war da wieder der Herr Master, meint da... Nein, die Kratzer-Nacht-Laden. Alle wollen sie die Ente kähen. Also ich muss mir mal nur dringend eine neue Arbeitsplatte kaufen. Das ist hier so wellig alles. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Voll auf den Kopf gescheitend. Du hast mich nicht zweimal getroffen. Nee, ja, ja. Beziehungsweise auch mit der falschen Waffe. Ja. Ich gehe in Rente. Ich glaube manchmal ein bisschen besser. Manche Sachen. Ja, ich gehe in Rente. Ach, komm, als hätte ich einen Schuss gebraucht. Als sei es jetzt wieder tot. Ja, ich kann mich hier kommen. Irgendwie ist das alles scheiße. Ich hätte oben bleiben sollen. Aber ich muss jetzt hier durch. Es hilft nichts. Das Kabel von der Maus ist zu... Ich habe nicht genug Platz. Von der Seite. Auch so ein Mr. One-Hit. Das kann ja wohl nicht die Possibilität sein, ne? Alles positiv. Ich bin immer positiv. Außer ich meckere. Nee, du bist immer negativ. Stimmt gar nicht. Ja, wenn es negativ sind, sind sie ja schwanger. Ja, genau. Ich finde nichts Gutes. Lauf doch nicht weg. Bleib doch... Ah, gehen weg. Ach, ja. Hast du schon mitgezählt, wie oft? Nö. Komm, nächste Runde ab. Kommt der. Das kann doch nicht wahr sein hier. Bei dir ist es schon ein 30-stelliger Bereich. Deshalb zählt man nicht mal mit. Ne, deswegen, okay. Ich bin schlecht. Das weiß ich. Wo war ich schon von Anfang an? Aber egal. Ich mach ja nur für Fun hier. Hey, good shit. Ja, 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 ja. Es macht doch kaum Spaß, einfach nur geschnitten zu werden. Hallo? Wieso? Und der Duck? Hallo? Wer ist denn da? Apatschen, Apatschen-Hatsch hier. Ah, mein Lieblings-Hatschi ist am Start. Mein kleiner Pader-Wart. Schön, dich wieder an Bord zu haben. Seien Sie herzlich willkommen. Ticket ist schon bezahlt. Und meinen Sie eingeloggt. Sit. Der schnupft mir wieder da. Der schnupft mir wieder da. Immer. War jetzt gerade ganz schlimm, hey. Allergiker. Hallo. Oh, okay. Willst du mit uns verzockern hier? Wenn der schon ein Disk gekommen ist, glaube ich ja. Ja, dann muss er sich jetzt ver... Weil Gamescombeck wartet schon ganz heiß auf dich. Ich glaube, es ist... Mich auch mal. Wir wollen uns wieder gegenseitig abschießen. Heute gibt es mal wieder Enten als Braten zu. Ja, genau. Entenbraten. Am Spieß. Mit neuer... Wo kommt der denn her? Hast du noch den Server? Ja, ich glaube, ich verletze gerade drauf. Ist er jetzt deutlich? Ja. Hey, Darkie, du hast mir immer noch keinen Schaden gemacht. Das macht nix, ey. Ich habe gemerkt, dass ich in dem Spiel richtig schlecht geworden bin. Das macht dich. Ich bin viel schlechter wie du. Also schlechter als ich geht doch gar nicht mehr. Oh, ich habe einen Kumpel mit einem weniger Hals oder was. Kann sehr gut sein. Unser kleines Monster ist gar nicht am Start. Der wollte doch mitspielen. Hier war er. Ich habe dich gehört. Wo bist du hin? Hallo? Stehen bleiben. Wasser, Mann, komm raus. Da hinten aus der Ecke. Los. Nein. Der hatte ja nur irgendwelche Schmerzen. Ich habe nur gerade mal spritzt. Bin da. Ja, das hat mich den Kopf gekostet. Ich schaue ich nicht mehr an. Ich muss noch mal sehen. Ja, schon habe ich gerade. Ich habe es bereut mit der Kugel von hinten. So muss es sein. Ja, genau. Ja, genau. Hauptsache, ich kann euch alle... Nimm mir nur Freundschaftsdienste. Okay. Wie wird es dann, wenn du mein Feind bist? Ja, das willst du gar nicht miterlehen. Nein, das glaube ich auch nicht. Wo ist er denn? Das kann doch hier nicht die Wahrheit sein. Das heißt Bot. Bot, Bot. Okay, er ist doch noch Konkurrent. Ja, gut. Aua, 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 ich werde beschossen. Das hat so Counter-Strike an sich hier, ne? Der wollte nicht fallen, der hat ihn. Ich muss nachladen. Ja, dann hast du jetzt die Beste. Ich werde beschossen. Kannst du hier wieder üben. So, jetzt mit am Start ist unser Hachi. Er hat den Wicht zu uns gefunden, finde ich echt. Äh? Ja, war. Der sagt, nicht der Hachi sagt, sondern der andere sagt, der mich gerade ausschießen wollte. Das war so, den habe ich nicht gemeint. Das hört sich, ja, der Zusammenhang war etwas verworren, ne? Der Hachi, der sagt, der Hachi, dieser Schnuppen. Der Tag, der sich immer hinter dem Rücken versteckt und wartet nur. Ja, ich stand da mit offenen Armen und sag, ich nehme dich jetzt in den Armen, erschießt mich. Was willst du noch mehr? Ja, ich habe mich nicht mehr. Ja. Bitte nicht rauchen. Es wurde gewotet. Es wurde schon wieder gewotet. Es wird die ganze Zeit gewotet. Nach wann ich vote, oder was? Ich habe es vorher gesagt, aber nein, es wird es trotzdem drauf gemacht. Wann hat er denn gesagt? Letztes Mal und ihr dann kurz davor. Aber die quatschen ja alle durcheinander hier. Das ist doch schlimm. Da stand er gerade sein. Das ist doch eine Person. Ich habe es auch nicht mit Bekonten. Jetzt können wir noch mal das selbe spielen. Dann ist das ein. Da stand da gerade ein. Das ist aber keine Castormap, und ich hatte Kasten-Lab geschlagen. Ach, wie? Fass uns schaust dich zu. Schau mal was kumpelbläst du mich. Ja, wieso denn, wie ich's machst? So gut bin ich doch nicht, weiß ich. Ja, der eine ist immer so dauernd, der eine schießt nur mit dem Rutschblinde gebückt drum. Oh, die Kumpelblase ist auf der feindlichen Seite. Der ist fremdgegangen, okay. Oh, es ist ganz schön warm hier oben. Willst du überhaupt jetzt nochmal dieselbe Map? Ja, könnte eigentlich, wollen wir wechseln, meine Herren? Wenn ich wechseln, dann hab ich ihn eh wieder da. Okay. Dann lass laufen. Hyper. Hyper, hyper check. Aus. Bot, geh vor. Und dahinter war noch eines. Der Herr Kumpelblase hat sich hinter dem anderen verschreckt hier. Ja. Den Herrn 47 hab ich jetzt auch mal erwischt? Ja, dankeschön. Der Hatschi hat mich nicht gesehen. Das ist aber nicht so. Der Herr Kumpelblase hat sich über mich. Ja, ich bin aber zu langsam für solche Spiele. Ich bin so langsam für solche Spiele. Oh, ich auch. Ich bin so langsam für solche Spiele. Oh, ich auch. oh scheiß den habe ich in der ecke nicht gesehen ich kann jetzt aber schlecht gucken kann durchaus passieren man darf jetzt nicht vergessen wir sind im wlan mehr optimierung ich bleibe hinter hat sie das könnte sicherer sein und teddy ist auch das hier kann mir hier nichts passieren ich habe irgendeine kackwaffe den haben wir gemeinsam du hast doch keine hühner erschossen doch 1 aber wir haben die kumpelblase geschafft geklaut der heute auch nicht so richtig ich gehe kämpfen in meiner ecke jetzt kumpelblase auf die trick bist reingefallen im auf meinem zelt ja schön das ist jedoch meiner matratze du hast ja eine dauerkarte lange du darfst dich da gerne hin ich weiß kämpfen ist ja langweilig ich habe die ganze zeit auf dich geschossen das ist lustig ja und ganz klicken auf kala den kriegst du herrn hat das den schaffe ich gerade noch im hof ist nicht los das wurde auch zeit der 47 jährlich immer den bückling machen ich war in leichter deckung ach manne ich bin so schlecht schlechter als ich kannst du noch gar nicht sein macht ich nicht immer so runter weil das war das ist halt anders wo kommt er denn er gibt es wieder mein sohn darf mich wieder erschießen ich hab's auch doch mal aus der ferne gesagt das macht ja nix ich höre gar nix der war im team aber du hast den punkt ich schieße ich den drei mal in den kopf und er läuft immer noch das kann doch nicht sein hier kam es krecklich ha 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 hey we go hey we go nein doch 47 ist in meine falle getappt die mausefalle hat zugeschlagen wie cool ist das denn wo kommt der denn her ach der herr gameskeck aus der ecke macht nix ich trage es mit würde ich würde ja sagen in dem einen film hieß es legt euch nicht mit erdogan an aber hier würde ich sagen legt euch nicht mit gameskeck an der hieß irgendwie nicht erdogan der hieß irgendwie anders sohan hieß der ja genau so hat ich will aber die wache war ja das ist das ist nicht mein problem er ist wieder mit pumper unterwegs hier der hat die schrotze die ist ja gerade im angebot quasi ach schrotz muss im angebot die nützt du doch immer bei den zomberlinchen ne ja ja schrotze beste finde ich irgendwas wird hier geschossen ja ich weiß auch nicht genau wo ich sehe das noch nicht so ich treffe gar nix ey man doch doch die steine die rum naja immerhin 140 also jetzt nicht voten nicht voten meine herren denn der doodoo steht da Hachi macht hier den ersten platz jetzt brauchen wir eine andere map ja ja irgendeiner hat geboten ach wer hat schon wieder das getan ich weiß nicht also diese person kriegt jetzt wirklich einen bann ich kann mal denken wenn das war aber ich sag nicht jetzt lass laufen ne ich hab jetzt keinen lust mehr immer die gleiche ich habe jetzt eigentlich auch keine liste mehr das steht in fern aber doch was anderes doch was anderes es ist aber nicht in der liste mit drin hat sie in der liste server äh ich muss den server einspielen ich muss den server einspielen dann machen wir jetzt mal eine kurze pause ok ja das kannst du nicht vergessen ja gut habt ihr gehört server ist offline also werden wir das für heute beenden werden wir nach morgen mal ein bisschen was anderes zocken na gut dann macht es gut war ein kurzer einsatz ist nicht schlimm kann passieren äh teddy hat es noch geleckt ja es hat noch geleckt ja ich verstehe es nicht immer äh das ist auch das ist auch das ist auch das ist auch noch an der pizze liegen ne daran liegt das nicht also gut ich sag dann erstmal bye bye und wir hören uns ich muss mal ein bisschen runter mit meinen einstellungen ok bis dann ciao ciao das ist dann eingestellt ist dann eingestellt что Vielen Dank.